Musik Mein sehr verehrtes Publikum auf unseren Welttourneen und Weltreisen haben wir natürlich schon vieles gesehen und wir sind hier mitten direkt an der französischen Grenze. Für uns ist das immer etwas Besonderes auch nach Paris zu kommen und ich freue mich ungemein, dass wir es geschafft haben. Sie sind momentan auf Welttournee und sie haben gesagt, okay, das sind knapp 450 Kilometer von Paris nach Fischbach. Grenze haben wir direkt hinten dran. Willkommen zu euch auf eure Sitzung und ich freue mich ganz besonders und ich weiß, sie sind unheimlich aufgeregt, weil sie wissen, sie sind das Publikum, was sie auf ihrer Welttournee gesucht haben. Ich präsentiere Ihnen aus dem Moulin Rouge in Paris den Original Come, Come. Applaus Und ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr. Und ich freue mich sehr. Ja, danke. Ja, danke. Wir spielen können neuere Schrauben. Und ich freue mich sehr. Aber ich freue mich sehr. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020